So, und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Darksiders. Wir sind hier in diesem schönen, saftigen Grün angekommen. Und ich würde sagen, stürzen wir uns mal weiter ins Abenteuer. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Und da hinten sehe ich schon wieder Feinde. Sehr schön. Ich sehe gleich schon wieder am Anfang einen Kampf. Das kann doch nicht besser losgehen, oder? Was meint ihr? Ja, komm, ich stoße hier die Klippe runter. Oder auch nicht. Egal, Moment, ich muss mal kurz das Mikro richten. So, und weiter geht's. Komm her, Fetti. Alter. So. Oh, Entschuldigung, ich musste mich gerade mal kurz räuspern. Weiß nicht, was jetzt los ist. Ich glaube, ich bin mir ein bisschen erkältet oder so. Äh, ja. Schauen wir einfach mal weiter hier. Oh, das ist aber auch eine geile Gegend hier, muss ich sagen. Also, hier so eine kleine Waldhütte. So eine Minecraft-Waldhütte. Waldhütte, das wäre schon was. Ähm, nee, da hüpfe ich jetzt besser noch nicht runter. Jetzt muss ich gucken, gehe ich hier nach... Gehen wir mal hier nach rechts und schauen mal, was da ist. Aber ich glaube, hier kommen wir noch nicht weit... Was ist das hier? Ah, wir haben eine Wulgrim-Position gefunden. Das finde ich sehr schön. Gut, da... Äh, ich glaube nicht, dass wir im Moment so viele Seelen haben, oder? Na wohl, schauen wir mal kurz nach. Ja, das ist schön. Ich würde sagen, wir laden mal den schnell auf. Dann haben wir unsere ganzen Seelen verbraucht. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen weiter. Also, hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir also doch hier lang. So. Und da kommen schon wieder Gegners. Ja! Alter, willst du mich etwa da runterschubsen, oder was? Ach, der ist jetzt gerade mal verbrannt. Und den hacken wir mal in drei Teile. Und dann hätten wir es auch schon wieder. Moment, meine Nase juckt gerade. So. Äh, ähm... Wo muss ich denn jetzt mal lang? Laufen wir einfach mal hier ein bisschen rum. Betrachten wir mal ein bisschen die schöne Gegend hier. Also, ich muss sagen, hier in dem... In diesem Weltabschnitt kommen die... Finishing Moves... Viel geiler rüber, als... Irgendwo auf Beton. Aber, naja. So. Was haben wir denn hier unten? Ach, da ist wieder so ein Tor, wo wir wieder tröten müssen. Aber erst machen wir den hier fertig. Ja! Stirb! So. Dann schaue ich nochmal schnell kurz hier unten, bevor wir tröten. Okay, hier ist also Wasser. Ja, la, 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 la. Gut, hier ist auch nichts mehr gut. Dann... Rüste ich mal die Tröte aus. Wo haben wir sie denn? Da. Da. Und dann machen wir einfach mal... Den hier. Vergib mir, Freund. Ich würde dich durchlassen. Nun läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Und schon wieder... Da will ich was sagen und dann fällt der mir ins Wort. So, dann sind wir jetzt also schon wieder im Schattenreich. Ich verstehe allerdings nicht, warum er sich nicht einfach verpissen kann, damit wir hier durchgehen können. Äh, ist egal. Dann müssen wir halt wieder diese paar Prüfungen machen, was wir hoffentlich schnell erledigen können. Und da hinten sehe ich schon das erste Lichtchen flackern. Und... Da. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Hm. Und da oben? Ach so, da müssen wir hinschwimmen. Okay. Ja, okay. Dann kann es doch was werden. Jetzt will ich erstmal schauen, wo sind denn die alle? Da ist einer. Dann war da hinten einer. Und jetzt müssen wir gleich hier um die Ecke einkommen, wenn das auf dem Radar richtig eingezeichnet ist. Ja. Ach, der ist da unten. Ne, ich will erstmal einen, der hier oben ist. Rechts ist doch auch noch was. Aber wie komme ich denn da hin? Egal, dann nehmen wir halt erstmal den da. Bevor wir hier sinnlos Zeit verplempern, will ich lieber was schaffen. Aktion. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ja, ich steche dir nachher gleich evidens Auge. Denn I am legend. Und ich werde das schaffen. Verteidiger, halten Sie mindestens einen untoten Soldaten für die vorgebene Zeit lebendig. Seelen werden für jeden untoten, der überlebt als Belohnung ausgegeben. Boah, nein. Die soll ich also schützen. Oh, und das Ganze soll fünf Minuten lang dauern, oder wie? Ich hoffe, ich kann nicht, ich töte nicht meine eigenen Leute. Nein, gut, meine eigenen Leute kann ich also nicht töten. Wäre ja auch nicht ganz so toll. So, bis jetzt haben noch alle sechs überlebt. Und wie lange dauert es noch? Drei, vier Minuten noch. Alter. Da verwandle ich mich immer lieber schnell. So, da geht es doch alles gleich ratzefatz. Oh nein, nicht noch so einer. Nicht noch so einer. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Alter, kann der auch mal auf meine Leute losgehen hier? So. Es leben immer noch alle sechs. Das finde ich sehr schön. Da kriegt man wenigstens mal ein paar Seelen. Bis jetzt schlage ich mich doch ganz gut, muss ich sagen. Und mich würde es nicht wundern, wenn dann am Ende noch so ein Big Boss kommt. So. So. So finde ich das Spiel eigentlich viel geiler, wenn man so Verbündete hat, die mit einen kämpfen. Finde ich ja nicht ganz cool, wenn das das ganze Spiel so wäre. Hat so was von Diablo irgendwie, aber auch nicht so richtig, glaube ich. Egal. Ich erzähl schon wieder Mist. Ähm. So. So. Und zack. Ich seh mich grad gar nicht mehr, wo ich überhaupt bin. Ich seh mich grad gar nicht mehr so ein bisschen durch die Gegend. Ich bin erstaunt. Ach du Scheiße. Ich hab's gewusst, dass irgend so ein Big Boss noch kommt. Aber das Problem hab ich ja gut gelöst. Wir haben uns einfach mal schnell in die Chaosgestalt verwandelt. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal so ein Big Boss. Ach du Scheiße. Ich eile. Scheiße, ich hab einen verloren. So. Den Big Boss machen wir mal schnell fertig. Und. Bam. Scheiße, ich hab zwei verloren. Ah, beinahe hätte ich's geschafft, dass ich alle sechs behalte, aber. Oh, den wollte ich jetzt grad noch töten. Naja. Immerhin haben wir den ersten besiegt. Dann machen wir mal schnell hier das Auge tot. Und füllen uns mal hier ein bisschen auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zu dem zweiten. Ich hoffe, ich find den auch gleich. Da gehen wir doch gleich mal den hier bei dem Hütchen. Ich hoffe mal, ich schaffte es. So. Dann müsste ich jetzt eigentlich hier hoch. Alter, gehst du da jetzt hoch? So. Den machen wir dann jetzt noch. Und dann werde ich den Part auch beenden. Weil die Zeit nämlich dann schon wieder drüber ist, glaube ich. Aber egal. Machen wir halt mal einen bisschen längeren Part. Seid ihr ja gewohnt von mir. So. Was erwartet uns jetzt hier? Boah, das ist so extrem warm. Ich hab so ne trockene Kehle. Ich muss nach dem Part erstmal was trinken. Kriegszorn. Töten sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Für die Verbreitung der Zeit an der Uhr werden als Bonus Seelen gutgeschrieben. Okay. Ach, verdammt. Jetzt. So, haben wir wieder 5 Minuten Zeit. Aber ich glaube, wir schaffen das. 7 haben wir doch schon. Ach so, jetzt muss ich mich wieder aufladen. Das ist ja ein Scheiß, ey. Alter, was bist du denn? Was war das denn für ein Viech? Wahrscheinlich ist es wieder genauso abgemessen, dass man es gerade so in der Zeit schafft. So. Und bam. Und da haben wir schon 9. So, gleich haben wir doch die Hälfte geschafft. So, dann metzeln wir gleich mal so ein bisschen weiter. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Jetzt geht der Ratzefatz hier. Was ist denn das für ne komische Schlange? Die nervt mich. Jetzt. Verpiss dich doch mal hier. Alter. Oh, komm. Den hätten wir aber als 2 zählen können. So groß wie der ist. Los. Oh nein. Er lebt noch. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss mich ranhalten. Alter, ist das heftig. Alter, lass mich doch mal hier jetzt in Ruhe. So. Einen noch. Ja, wir haben es geschafft. Und das sind weniger als 5 Minuten. I am legend. So, machen wir das Auge hier auch noch schnell put. Laden uns wieder auf. Und dann werde ich noch schnell durch das Portal gehen. Und dann werden wir den Part beenden. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Bis gleich. Bis gleich.